Moin und willkommen zu diesem Video. Präsentiere euch heute mein letztes oder eines der letzten Überbleibsel dieser Firma Muppe Sawyer von Ardinger GbR. Hier, wir haben eine alte Rixe, die wir verhickern wollen. Baujahr 1970 mit original Papier. Garantieschein ist auch noch dabei. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Zu der Rixe, natürlich gehört das Fahrzeug restauriert. Es steht ja schon schließlich viele Jahre. Zum Beispiel muss der Motor gemacht werden. Simmarine und Co sind alt und einfach fällig. Außerdem dreht er ein bisschen schwer durch. Reifen sind natürlich verröst und soll damit gemacht werden, was halt so Standard ist. Also ein ideales Winterprojekt für euch, falls ihr noch nichts zu tun habt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020